...über der Erde mächtig. Es ist ein 10. Jahrhäuser in Spanien gezogen von Udredrano. Und im Sattel sitzt sie am Ende der Kamp, Juan Manuel Munoz Díaz aus Spanien. In diesem Jahr schon zweiter der Cuer de Lima in Portugal mit diesem Pferd mit Fuego. Fuego heißt Feuer und das sieht man ja. Und zweiter der Cuer in Sovirus wird Frank. Und zweiter der Cuer. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.